Ihr glaubt nicht, was uns gerade passiert ist. Auf dem Weg zu unserem Gewinner, Karl, sind wir von der Polizei angehalten worden. Ja, wir haben erst gedacht, oh mein Gott, aber die Jungs haben gesagt, ey, ihr wisst doch den Weg dann eh nicht, wir eskortieren euch so schön mit blauem Licht und so. Und ja, ist ein Kollege drin, der Kollege. Also fahren wir jetzt zu Karl mit Polizeieskorte. Das gab es auch noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist doch geil, oder? So ist halt die Autobahn meistens rein. Mein Traum, Auto und so. Ja, so ein Pick-up, das wäre halt eine geile Sache. Ich kann dir schon gleich sagen, Pick-up wird es nicht. Okay, dann ist es halt kein Pick-up. Hauptsache, dass ich neu passt, das wäre schon mal cool. So, jetzt mein Lieber. Die Kollegen stehen alle bereit, sie haben alle ihr Handy gezückt, die Anspannung steigt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Lieber Karl. Ja? Hier kommt dein Auto. Das ist eine absolute Hammer. Das gibt's nicht. Das ist eine absolute Hammer. Ich brauche mein Herz drauf oder so. Ja, ein Porsche ist alles gut. Ich bleib mal hier kurz hier unten, dann ist alles gut. Ich bin ein Porsche. Mir fällt nichts mehr rein. Ja, so. Ich bin ein Fassungsloser. Ich bin ein Fassungsloser. Ich bin ein Fassungsloser. Ich bin ein Fassungsloser. Was ein Wahnsinn. Erst Polizei, Escorte und dann das. Und stellen wir dem Karl hier einen roten Porsche auf den Hof. Jeden Tag ein Auto. Geilstes Spiel ever. Auf die Hände. Untertitelung des ZDF, 2020